Die beiden Regierungen verheimlicht weiterhin ihre Verantwortung für die Zerstörung der Nord Stream Pipelines. Die Vertuschung, ein Artikel von Seymour Hersh vom 22. März 2023. Augen auf Medienanalyse Podcast. In einer Übersetzung von Rabbit Research. Ein Reporter, der Skandale aufdeckt und schmutzige Geheimnisse lüftet, hat einen schwierigen Job. Vor allem, wenn es dabei um die geheimen Machenschaften der US-Regierung geht. Nur wenige Investigativjournalisten waren mit ihren Recherchen so erfolgreich wie der amerikanische Journalist Seymour Hersh. Vor sechs Wochen habe ich auf der Grundlage anonymer Quellen einen Bericht veröffentlicht, in dem Präsident Joe Biden als derjenige genannt wird, der im September letzten Jahres die mysteriöse Zerstörung von Nord Stream 2 angeordnet hat. Dabei handelt es sich um eine neue 11-Milliarden-Dollar-Pipeline, mit der die Erdgaslieferungen von Russland nach Deutschland verdoppelt werden sollten. Die Geschichte fand in Deutschland und Westeuropa großen Anklang, wurde aber in den USA von den Medien nahezu tot geschwiegen. Vor zwei Wochen, nach einem Besuch des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz in Washington, versuchten US-amerikanische und deutsche Geheimdienste, die Vertuschung noch zu verstärken, indem sie die New York Times und die Deutsche Wochenzeitung die Zeit mit Falschmeldungen fütterten, um dem Bericht zu widerlegen, dass Biden und US-Agenten für die Zerstörung der Pipelines verantwortlich seien. Die Pressesprecher des Weißen Hauses und der Central Intelligence Agency haben stets bestritten, dass Amerika für die Sprengung der Pipelines verantwortlich war, und diese Pro Forma-Dementis reichten dem Pressekorb des Weißen Hauses völlig aus. Es gab keine Anzeichen dafür, dass ein dort tätiger Reporter den Pressesprecher des Weißen Hauses gefragt hat, ob Biden das getan hat, was jeder ernstzunehmende Regierungschef tun würde. Er hat den amerikanischen Geheimdienst offiziell beauftragt, eine gründliche Untersuchung mit allen seinen Mitteln durchzuführen und herauszufinden, wer die Tat in der Ostsee begangen hat. Laut einer Quelle innerhalb der Geheimdienstgemeinschaft hat der Präsident dies nicht getan und wird es auch nicht tun. Warum nicht? Weil er die Antwort kennt. Sarah Miller, eine Energieexpertin und Redakteurin bei Energy Intelligence, dem Herausgeber führender Fachzeitschriften, erklärte mir in einem Interview, warum die Pipeline-Geschichte in Deutschland und Westeuropa für Schlagzeilen gesorgt hat. Zitat Nord Stream wurde Ende September in die Luft gesprengt. Die deutschen Gasimporte erreichten einen Monat später, im Oktober, das Zehnfache des Vorkrisenniveaus. Die Strompreise wurden in ganz Europa in die Höhe getrieben und die Regierungen gaben Schätzungen zufolge bis zu 800 Milliarden Euro aus, um die Haushalte und Unternehmen vor den Auswirkungen zu schützen. Die Gaspreise sind aufgrund des milden Winters in Europa inzwischen auf etwa ein Viertel des Höchststandes vom Oktober zurückgegangen, liegen aber immer noch zwei- bis dreimal so hoch wie vor der Krise und sind mehr als dreimal so hoch wie die aktuellen US-Preise. Im vergangenen Jahr haben deutsche und andere europäische Hersteller ihre energieintensivsten Betriebe wie die Düngemittel- und Glasproduktion geschlossen. Und es ist unklar, wann diese Anlagen wieder in Betrieb genommen werden, wenn überhaupt. Europa bemüht sich um den Aufbau von Solar- und Windenergiekapazitäten, aber es könnte sein, dass diese nicht schnell genug kommen, um große Teile der deutschen Industrie zu retten. Zitat Ende Miller schreibt einen Blog auf Medium Anfang März empfing Präsident Biden den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington. Diese Reise umfasste nur zwei öffentliche Veranstaltungen, einen kurzen pro forma stattfindenden Austausch von Komplimenten zwischen Biden und Scholz vor dem Pressekorps des Weißen Hauses, bei dem keine Fragen erlaubt waren, und ein CNN-Interview von Ferry Zakaria mit Scholz, der nicht auf die Pipeline-Vorwürfe einging. Der Bundeskanzler war ohne deutsche Pressevertreter nach Washington geflogen. Ein offizielles Abendessen war nicht vorgesehen und die beiden Staats- und Regierungschefs wollten auch keine Pressekonferenz abhalten, wie es bei solchen hochrangigen Treffen üblich ist. Stattdessen wurde später berichtet, dass Biden und Scholz ein 80-minütiges Treffen hatten, bei dem die meiste Zeit über keine Berater anwesend waren. Seitdem wurden von keiner der beiden Regierungen Erklärungen oder schriftliche Absprachen veröffentlicht, aber mir wurde von jemandem mit Zugang zu diplomatischen Geheimdienstinformationen gesagt, dass es eine Diskussion über das Pipeline-Exposé gab und dass infolgedessen bestimmte Elemente in der Central Intelligence Agency gebeten wurden, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Geheimdienst eine Titelgeschichte vorzubereiten, die die amerikanische und deutsche Presse mit einer alternativen Version für die Zerstörung von Nord Stream 2 versorgen würde. In den Worten des Geheimdienstes sollte die Agentur, Zitat, das System pulsieren, Zitat Ende, um die Behauptung zu widerlegen, Biden habe die Zerstörung der Pipelines angeordnet. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Bundeskanzler Scholz, ob er über die Zerstörung der Pipeline im Forus informiert war oder nicht, bleibt eine offene Frage, seit dem letzten Herbst eindeutig an der Unterstützung der Vertuschung der Operation der beiden Regierungen in der Ostsee beteiligt war. Die Agentur hat ihren Job gemacht und mithilfe des deutschen Geheimdienstes Geschichten über eine inoffizielle Ad-Hoc-Operation, die zur Zerstörung der Pipelines geführt hat, ausgeheckt und untergeschoben. Der Betrug bestand aus zwei Elementen. Einem Bericht in der New York Times vom 7. März, in dem ein anonymer amerikanischer Beamter zitiert wurde, der behauptete, dass, Zitat, neue Geheimdienstinformationen darauf hindeuten, dass eine pro-ukrainische Gruppe an der Zerstörung der Pipeline beteiligt gewesen sein könnte und einem Bericht in der Zeit Deutschlands meistgelesener Wochenzeitung vom selben Tag, in dem es hieß, dass deutsche Ermittlungsbeamte eine gecharterte Luxussegeljacht aufgespürt hätten, die am 6. September vom deutschen Hafen Rostock aus an der Insel Bornholm vor der dänischen Küste vorbeigefahren sei. Die Insel liegt nur wenige Kilometer von dem Gebiet entfernt, in dem die Pipelines am 26. September zerstört wurden. Die Jacht war von ukrainischen Eigentümern gemietet worden und mit einer sechsköpfigen Mannschaft besetzt. Einem Kapitän, zwei Tauchern, zwei Tauchassistenten und einem Arzt. Fünf von ihnen waren Männer. Fünf von ihnen waren Männer, einer eine Frau. Es handelte sich um gefälschte Pässe. Die beiden Publikationen wiesen in ihren Berichten darauf hin, dass es, wie die Times es ausdrückte, Zitat, viel gab, was sie nicht wussten. Die neuen Informationen hätten jedoch auch dazu geführt, dass die Beamten zunehmend optimistisch seien, dass man zu einer eindeutigen Schlussfolgerung über die Täter kommen werde. Aber das würde lange dauern, sagten verschiedene hochrangige Beamte in Washington und Deutschland. Die Botschaft war, dass die Presse und die Öffentlichkeit aufhören sollten, Fragen zu stellen und die Ermittler die Wahrheit herausfinden lassen sollten. Diese würde natürlich nie ans Licht kommen. Holger Stark, der Autor des Berichts in die Zeit, ging noch einen Schritt weiter und merkte an, dass es einige, Zitat, in den internationalen Sicherheitsdiensten gäbe, die die Möglichkeiten nicht ausgeschlossen hätten, dass die Yachtgeschichte, Zitat, eine Operation unter falscher Flagge sei. In der Tat, das war sie. Zitat, Es war eine totale Erfindung des amerikanischen Geheimdienstes, die an die Deutschen weitergegeben wurde und darauf abzielte, ihre Geschichte zu diskreditieren, sagte mir eine Quelle innerhalb der amerikanischen Geheimdienstgemeinschaft. Die Desinformationsprofis der CIA wissen, dass eine Propagandamasche nur dann funktioniert, wenn die Empfänger verzweifelt an einer Geschichte suchen, die eine unerwünschte Wahrheit schmälern oder verdrängen kann. Und die fragliche Wahrheit ist, dass Präsident Joe Biden die Zerstörung der Pipelines autorisiert hat und es schwer haben wird, seine Aktion zu erklären, während Deutschland und seine westeuropäischen Nachbarn unter den hohen täglichen Energiekosten leiden, weil Unternehmen geschlossen werden müssen. Ironischerweise kam der aufschlussreichste Beweis für die Schwäche des Berichts der New York Times von einem der drei Times-Reporter, deren Namen auf der Geschichte standen. Wenige Tage nach der Veröffentlichung des Berichts wurde der Reporter Julian Barnes in dem beliebten Times-Podcast The Daily von Moderator Michael Barbaro interviewt. Hier ist die Abschrift. Host Wer genau war für diesen Angriff verantwortlich? Und wie sind Sie und unsere Kollegen vorgegangen, um das herauszufinden? Reporter Nun, ich glaube, wir haben während der meisten Ermittlungen nicht die richtigen Fragen gestellt. Host Hm, und das waren die richtigen Fragen? Reporter Nun, wir hatten uns logischerweise auf die Länder konzentriert. Host Hm, hm, hm. Reporter All diese Staaten, die wir gerade durchgegangen sind, hat Russland es getan? War es der ukrainische Staat? Und das war einfach eine Sackgasse nach der anderen. Wir haben keine Beamten gefunden, die uns sagten, dass es glaubwürdige Beweise gibt, die auf eine Regierung hindeuten. Also begannen meine Kollegen Adam Entus, Adam Goldman und ich, eine andere Frage zu stellen. Könnte dies von nichtstaatlichen Akteuren getan worden sein? Host Hm, Reporter Könnte dies von einer Gruppe von Personen getan worden sein, die nicht für eine Regierung arbeiten? Host So etwas wie freiberufliche Saboteure. Wie sind sie auf diese neue Frage gekommen? Reporter Nun, wir begannen zu fragen, wer diese Saboteure sein könnten. Oder wenn wir das nicht beantworten konnten, mit wem könnten sie verbündet sein? Könnten es pro-russische Saboteure sein? Könnten es andere Saboteure sein? Und je mehr wir mit dem Beamten sprachen, die Zugang zu Geheimdienstinformationen hatten, desto mehr sahen wir, dass diese Theorie an Zugkraft gewann. Host Hm, Hm. Reporter Und mein anfänglicher Gedanke, dass es sich um pro-russische Saboteure handeln könnte, erwies sich als falsch. Wir erfuhren, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine pro-ukrainische Gruppe handelte. Host, Hm. Hm. Mit anderen Worten, eine Gruppe von Leuten, die dies im Namen der Ukraine getan hat. Wie haben sie erfahren, dass sie glauben lässt, dass es so war? Reporter Michael, ich sollte ganz klar sagen, dass wir wirklich sehr wenig wissen, richtig? Diese Gruppe bleibt mysteriös. Und sie bleibt nicht nur für uns brezelhaft, sondern auch für die US-Regierungsvertreter, mit denen wir gesprochen haben. Sie wissen, dass es sich bei den Beteiligten entweder um Ukrainer oder um Russen oder eine Mischung aus beiden handelt. Sie wissen, dass sie nicht mit der ukrainischen Regierung in Verbindung stehen. Aber sie wissen auch, dass sie anti-Putin oder pro-Ukraine sind. Post. Nach all diesen investigativen Berichten kommen sie also zu dem Schluss, dass es sich bei den Tätern um eine Gruppe von Menschen handelt, die dasselbe wollen wie die Ukraine, aber nicht offiziell mit der ukrainischen Regierung verbunden sind. Aber ich bin neugierig, wie sicher sie sind, dass diese Personen nicht mit der ukrainischen Regierung verbunden sind. Reporter. Nun, die Geheimdienstinformationen besagen derzeit, dass sie es nicht sind. Und obwohl uns von offizieller Seite gesagt wird, dass der Präsident der Ukraine und seine wichtigsten Berater nichts davon wussten, können wir nicht sicher sein, ob das stimmt oder ob nicht jemand anderes davon wusste. Die Reporter der Times in Washington waren den Beamten des Weißen Hauses ausgeliefert, Zitat, Die Zugang zu Geheimdienstinformationen hatten. Aber die Informationen, die sie erhielten, stammten von einer Gruppe von CIA-Experten für Täuschung und Propaganda, deren Aufgabe es war, die Zeitung mit einer Titelgeschichte zu füttern und einen Präsidenten zu schützen, der eine unkluge Entscheidung getroffen hatte und jetzt darüber lügt. Das war der Artikel Die Vertuschung von Seymour Hersh vom 22. März 2023 In einer Übersetzung von Rabbit Research Privates Engagement, total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es. Bis zum nächsten Mal.